Das Selvi mit den Bundeskanzlern hat mir sehr viel Bedeutung, es ist ja mehr als ein Bild, das ist ein Symbol, das ist das Selvi. Also die Frau Merkel hat ja mir geholfen, mein Leben vorgeredet und ich bin so dankbar für den Rest meines Lebens, Frau Merkel. Das Selvi war am Anfang so, wie groß das Herz von Frau Merkel ist, dass sie uns aufgenommen hat, die Möglichkeit gegeben hat, hier mal bleiben zu dürfen und uns gut zu integrieren in dem Land. Ich studiere Wirtschaftskommunikation, bin am fünften Semester und habe noch Arbeit nebenbei und wohne mit meinen Freunden zusammen und ich hoffe, dass ich mal deutsch werde später. Ich werde sie sehr, sehr vermissen und wenn ich sie zum Beispiel heute mal wieder treffen würde, ich würde mir so richtig bei ihr bedanken, wie viel sie für mich was Gutes getan hat. Das ist, also ihren Wegen ist mir wirklich viel besser geworden und vielleicht mal am Ende sie bitten, um einen neuen Selvi zu machen.